Herzlich willkommen zum Südwärts. Geil, dass ihr eingeschaltet habt. Wir sind absolut aufgeregt. Gleich geht's los. Wir haben auch ein bisschen coole Postkarten, wenn ihr Bock darauf habt. Gerade in den Zeiten ist es ja ein bisschen schwierig, mit allen Kontakt zu halten. Da ist eine kleine Postkarte, einfach eine süße Aufmerksamkeit. Die gibt's für 2 Euro. Süße Motive. Nur ein kurzer Hinweis. Aber jetzt geht's los. Wir sind aufgeregt. Ich hoffe, ihr freut euch genauso wie wir. Jetzt geht's los.